Norddeutscher Rundfunk 2021 Da hilft nix. Brauchst du eine Krone. Endlich versteht mich jemand. Keine Angst, keine Angst. Ich hab diese OP schon hundertmal gemacht. Irgendwann muss klappen. So, Abstrich hast du gemacht. Warten wir kurz ab, hast du Ergebnisse. Ich darf auf keinen Fall schwanger sein. Aber hast du mir nicht gesagt, dein Mann ist sterilisiert? Das ist ja das Problem. Keine Angst. Keine Angst, Abdul. Diese OP haben wir hundertmal gemacht. Okay? Du brauchst keine Angst haben. Es ist nur ein kleiner Schnitt. Und wenn dieser kleine Schnitt vorbei ist, wird alles gut sein. Aber... Keine Angst. Mein Name heißt nicht Abdul. Ich weiß, ich bin Abdul. Keine Angst. Ich weiß nicht. Keine Angst. Ich weiß nicht, es ist ein kleineres Gericht. Und es ist ein Literal.